herzlich willkommen zu einer neuen folge von high rise city mit mir euren koma bär in wolfhausen hallo ja langes her nein natürlich nicht wir haben vor kurzem erst die letzte folge abgeschlossen ich weiß schon ehrlich gesagt gar nicht mehr obwohl es erst ein tag her ist was ich habe echt schlechtes gedächtnis leute das ist echt nicht gut aber wir wollten auf jeden fall die zement produktion starten oder stahlbeton heißt das ja hier dementsprechend ich bin schüler minus warum schüler minus der handel war relativ okay habe ich denn verkauft 15 hier 275.000 ok immerhin wo mal gleich was jetzt noch mal kommt sagt 100 jahr kommen also noch bin ich im plus aber ich vermute mal welche steil beton baue dann nicht mehr dann gehe ich mal stark davon aus dann wird es ein bisschen schwieriger okay also stahlbeton ich habe gerade kurz gesehen die hier war ausgelastet jetzt ist sie es nicht mehr ich weiß nicht ob ich da noch ein zweiter hinstellen sollte ich hatte hinten eine hingeschaut ach du scheiße dies auch schon ordentlich ausgelastet halleluja da steht ein dies nicht mehr so ausgelastet dies noch ein bisschen ausgelastet egal bevor ich mich irgendwas ablenken lasse stahlbeton also für stahlbeton brauche ich kohle als liefere 9 millionen für stufe 2 papier verbringend kommt anscheinend geht das nur noch über über geld die stufen aufstiege vielleicht mal etwas falsch vielleicht einfach viel zu wenig geld das könnte ja sein weil müsste theoretisch mehr bier zum beispiel produzieren weil bier verkauft sich ja ordentlich ach so jetzt hatte ich das gerade offen ne bier verkauft ich lege mich schon wieder ablecken stahlbeton meine güte das ist ja echt schlimm okay also ich brauche zu allererst eine kleine stahl schmelz die braucht zwei kohle zwei barren das heißt wie viel kohle produziere ich das ist okay und barren ist auch noch okay und barren produktion müsste ich wieder anschmeißen weil ich brauche die ja nachher auch zum bauen so das heißt die könnte ich schon mal bauen damit werde ich stahl herstellen was ist das große stahl schmelze okay oder brauche ich 38 barren und ich werde die barren produktion oder haben sie aber da haben wir noch welche hier wir haben doch noch welche hier und du warst das ne das war das werkzeug schmiede das barren ja ist normalerweise kann ich eigentlich eine werkzeug mal zu machen ja ich darf nur nicht vergessen eine folge hatte ich vergessen die wieder anzumachen weil ich keine werkzeuge mehr hatte verkaufe ich denn eigentlich werkzeuge kauf keine werkzeuge lass mal gucken was bringt mir aktuell am wenigsten fisch was würde mir werkzeuge bringen 1300 ja dann verkaufe ich mal aber werkzeuge brauche ich pass auf ich verkaufe mal 700 bis zu 700 also 100 stück quasi und dann lasse ich das hier weiter produzieren dann mache ich das hier so und dann würde ich sagen ich mache die produktion ein bisschen höher so dass wir mal überlegen ich brauche mein headset hat schon wieder abgeschaltet hat dieses headset ich brauche auf jeden fall dafür eisenerz und kohle kohle können wir ja tatsächlich noch mal eine kohle mine bauen und eisenerz habe ich auch noch genug also das heißt wenn ich jetzt hier hingehe und sage ich baue noch eine eisenschmelze wartet mal ich brauche mal kurz hier eine straße rein ja wieder nicht gerade ne so so wie sieht man die hier unten an ich baue erstmal da hin so dann die hier die kleine eisenschmelze die bauen wir dann hier hinten rein so dann und mal was war an kohle und genau kohle brauchen wir mehr und eisenerz würde noch passen okay dann brauchen wir einmal kohle mehr ja ist aber nicht schlimm weil ah das passt ja alles noch kohle nein keine eisenmine kohle kohle mine nack 90 90 90 100 100 prozent dann haben wir da noch eine weitere kohle mine das heißt oh gott 42 oh gott da hätte es ja gereicht die ein bisschen zu subventionieren ja gut okay und kohle kann man nie genug haben das heißt ähm von den barren her habe ich jetzt mehr als genug also quasi sieben tonnen überfluss äh das heißt ich baue jetzt eine kleine stahlschmelze würde ich so so hier ja die baue ich hier hinten genau so da baue ich die stahlschmelze hin und dann brauche ich als nächstes den quar ja genau wie viel quarz haben wir denn quarz produzieren wir 14 also haben wir da auch 5 plus algstein brauche ich da brauche ich nochmal kohle oh gott sei dank habe ich es gerade erweitert also ich brauche ein zementbetonwerk das stellt 5 zement her und dann brauche ich hier okay dann brauche ich nur eine stahl also ich brauche hier das zementbetonwerk brauche ich aber erstmal einen kalksteinbruch der stellt 8 her das heißt ich brauche einen kalksteinbruch für 2 zementbetonwerke okay wo war wo war kalkstein hier war kalkstein und den konnte ich ach ne hier hinten ach shit ich wollte das ja in der letzten Folge habe ich ja so ein bisschen philosophiert wie weit wir gehen und da wollte ich eigentlich das hier nutzen das weiß ich noch es reicht erstmal eins aber wenn halt eins nicht mehr reicht ne was ist dann das ist halt doof kriege ich eigentlich 2 nebeneinander 100 so das wären 100 ne ich kriege keine also wenn ich mache ich 2 mal 2 mal 90 oder ich mache einmal 100 und einmal 0 hä? ja gut okay was bauresourcenfilm was brauche ich denn dafür hier 26 mist ähm ich hoffe ich verkaufe die nicht verkaufe sie nicht nein ich habe sie aber eingekauft ne shit gut also ich habe jetzt die Produktion hier was hier brauchst du denn nun Waren mir fehlt Kohle und Barren ja gut das ist klar und erstellt Barren her okay mach mal ein bisschen schneller so Barren äh 7 16 12 ist halt natürlich fies dass diese dass die Ingenieure halt Barren brauchen ne ne hier die brauchten Barren die Manager ist zum Glück nicht mehr die brauchen Stahlbeton naja gut muss mal gucken wie viel Stahl ich wirf mir den Barren weg die Barren sind halt ja wisst doch selber ne wie viele Barren stelle ich denn her 16 produziere ich 11 brauche ich hm ja 15 ok glaube ich wird erstmal nicht reichen 26 brauche ich ok 6 7 21 komm abholen und 17 komm abholen ja sie werden zu schnell verbraucht ne wahrscheinlich machen die dann das Lager hier immer voll hm äh werd nicht drum herum kommen was bringt mir am wenigsten Wolle ich kauf mal ein paar Bachern bis 200 wieder die sind doch schweineteuer ne aber was soll ich schmachen was soll ich schmachen was soll ich schmachen oh was minus ach die Barren haben mich viel gekostet alter Schwede ah ich erstmal Barren so äh Kalksflash genau den wollte ich bauen so und du hast mir hier angezeigt 100% hier irgendwo komm tu es nochmal tu es nochmal tu es nochmal tu es nochmal irgendwas da ha achso spiel gespeichert ich dachte so hä warum leckt das jetzt gerade so gespeichert dann wird hier hinten eine Strasse gebaut alle äh ich will nicht gerade ich 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 mach das anders ich mach das so und ich mach das so wenn ich was das scheißernst das 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 zeichen zeichen oh polizei und feuer wieso brauchst du einen scheiß steinbruch polizei und feuerwehr mhm naja gut ok kriegste zack habe ich die nicht hier drüben da ist das hier nicht feuerwehr naja gut ok zack zack und polizei oh moment habe ich die das war dumm kann ich die nicht verschieben zack warum pappen die nicht mehr an hier ah raster fangen wir nicht an ok ok dann äh stellt der jetzt schon mal kalkstein her äh das wäre da brauche ich nur noch das zement betonwerk richtig ich glaube ja ne genau das brauche ich die acht warte mal ich habe noch keine acht quarts plus gehabt ne ich hatte glaube ich nur se- äh fünf äh naja habe ich hier eigentlich schon na aha ok ok so dann da er wo baue ich die eigentlich hin baue ich die hinten hin oh die ist groß baue ich die da hin baue ich die hier hin hier hätte es eigentlich ganz gut gepasst ne äh oder hier braue ich die hier hinten hin sag mal wie groß ist denn das hier die stelle oh Gott uh die ist groß uiuiui ach das ist Wald hier noch ne sag mal das ist alles noch Wald hier also eins kann ich auf jeden Fall hier hinstellen das ist nicht das Problem kann ich vielleicht auch nicht warum auch immer ah jetzt also eins könnte ich hab das hä ja gut ja gut also eins kann ich auf jeden Fall hier hinstellen das ist nicht das Problem die Frage die sich mir jetzt nur stellt ist was stelle ich da hin und was stelle ich da hin ja pass auf dann machen wir das so und dann machen wir das so also die Industrie hier muahaha was fehlt hier ja dir fehlt äh ressourcen sei schon ähm ja ihr wisst schon was da fehlt du bist immer du bist in der Regionale noch müsste ich eigentlich mal austauschen ne hatte ich ja unten auch schon gemacht ah shit die passt hier nicht hin damit ähm wo würde denn die stelle hin passen da hin nein hier würde sie hin passen hier würde sie hin passen dann könnte ich die Straße theoretisch sogar noch weiter ziehen ok dann machen wir das so dann machen wir hier ne so dann gucken wir mal kurz die kann man jetzt weiter ziehen ne jawoll ja gut ach guck mal jetzt hab ich die Straße weiter gezogen jetzt kann ich auch die Müll da die Müllzone weiter vergrößern dann würde ich den hier eigentlich einfach mal abreißen voll so zack weg ist er und was hat die für eine Reichweite joa alles klar Müll hat ich hier hinten separat gebaut genau so was hier Textilfabrik Zement uh für eine Textilfabrik dann baue ich das doch gerne äh ok ich hab das ist doch nicht nur Geld äh Textilfabrik 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 ich sag das ach das war so eine Kleine ok hier reiß ich danach eh wieder ab ihr kennt das Spiel ja ne bauen Aufgabe abschließen und wieder abreißen so jetzt gucken wir mal die Kette an also als allererstes Kohle 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 Produktion 42 Verbrauch 41 Passt Eisenerz Produktion 30 Verbrauch 29 Passt Stahl Quatsch Eisen 16 produziert Verbrauch 11 Passt Stahl 1 produziert 1 Verbrauch Passt Kalkstein produziert 8 Verbrauch 4 Passt das ist ja das was ich ja vorhin gesagt habe Quarz produziert 20 Verbrauch 17 Passt Und Wo ist der Stahlbeton Ach da Produktion 8 Oh Okay Achso und Zement Klar Produktion 5 Verbrauch 5 Okay passt Das kann ich die Wiederaufbereitungsanlage würde ich jetzt mal schließen weil ich produziere zwar ein bisschen aber nicht so viel da ich jetzt sagen würde die lohnt sich So Das heißt wir können bald Manager bauen Leute Uhahaha So Dir fehlt's an Zement Zement wird aber produziert Ah ne ich will's noch nicht aufwerten Ne zu Stufe 2 will ich noch nicht Ne ne Das mach ich noch nicht So Also noch mach ich bloß jetzt weiß ich nicht ob da da ist der Handel bestimmt schon mit drin ne Also ohne Handel würde ich enormes Minus machen Leute Genau Guck mal allein der Stahl Moment was Was mit 27.000 Junge 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 11.000 Holla die Waldfee Musste dringend Sachen verkaufen Sonst ist das hier echt Wovon habe ich zu viel Was Geld bringt Nüscht Oh Eier Moment 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 Ich würde jetzt gerne noch ein paar Häfen bauen Bei Stück baue ich jetzt noch Kleine und große nicht Ich weiß immer nicht was die Auf was die Handelskapazität erhöht wird Keine Ahnung Ich sehe es auch hier nicht Der produziert Müll Lärm Strom Aber Aber Keine Ahnung So Einmal auf die Seite Ja Sag mal Müsst du dich verarschen So Na Na So mal gucken wie ich die Straße da hinkriege Ja Ja machen wir es halt so Ist ja Ist ja nicht so slim Oh Hey hallo So Angebunden Sehr gut Achso ich wollte zwei Häfen bauen Achso ich wollte zwei Häfen bauen Oh maximale Anzahl von Gebäuden erreicht Oh Kann nur von Das ist natürlich schade Dann kriege ich nur einen Handelsslot Das ist schon echt frech So naja gut Ähm Also ich muss meine Einnahmen steigern Das habe ich ja schon gemacht durch das Finanzamt hier Brauche ich denn noch ein zweites Finanzamt? Lohnt sich das hier irgendwo nochmal das Finanzamt? Hier müsste es sich wenn dann irgendwo nochmal lohnen Das hier nochmal rein baue Aber so Wird es sich ja Hm 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 Ja bin noch unschlüssig Bin noch unschlüssig Ich könnte natürlich auch die Steuern erhöhen Ja Aber Steuern erhöhen ist immer so eine Sache ne Die Unterhaltskosten könnte ich drücken Aber die sind auch nicht so viel Tatsächlich Ich meine klar ist ne halb Ja Aber irgendwie hat Lohnt sich das gefühlt nicht Weil die kostet mich 5000 Und bei dem hier Wurden die ja gerade mal um 40 Euro gesenkt Weiß ich nicht Ja So viel ist das anscheinend nicht So Bücher verkaufe ich ja schon Fleisch Weiß nicht ob das Fleisch noch was bringen würde Hm Fleisch Also Stahlbeton war jetzt sehr teuer Tatsächlich Oh Gott was 251.000 Was habe ich ihm verkauft beim Handel diesmal Ich glaube wenn ich die Strom und das Wasser nicht verkaufen würde Alter Schwede Junge 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 Ok Gut Aber ich mach Plus Das ist schon mal wichtig Ich bin ja schon wieder bei 24 Milliarden Wir sind so 17 Milliarden Genau Komma Bär Milliarden Ne Millionen meine ich Ähm Gut Stahlbeton haben wir gebaut Aber irgendwie Produziert der jetzt auch mal was Er hat schon zwei gebaut Wow Hat das auch lange gedauert Bis das angelaufen ist So was wollt Achso Stimmt Eier wollte ich verkaufen Set mir gerade ein Oh was ist denn hier los Boah Wo ist die nächste Feuerwehr Da Die kostet mich 250 im Unterhalt Was kostet die nichts größere Ah da Tausend Und die hätte eine Reichweite von Ja wird es trotzdem nicht Ah komm Brauchst du noch Polizei Natürlich Also die 250 habe ich auch noch für unsere Die Leute So Äh Eier wollte ich verkaufen Wie viel würden wir denn Eier bringen 500 Naja warum nicht Mal gucken 318 habe ich Bis 100 würde ich verkaufen So Kurz mal gucken Ähm Hallo Weg da Ich Wollte Jetzt Die Stahlproduktion Ja genau Was wollten wir aus Stahlbeton herstellen Genau Da ging ja irgendwas nicht Was wir nicht bauen konnten Wegen Stahlbeton Äh das war Was war denn das Das Technologiezentrum Genau Aber das wollte ich eigentlich Gar nicht Stimmt das hat ja ganz vergessen Die Landmaschinenfabrik 7000 Oh Oh Gott ist ja 7000 What the hell 7000 ist schon echt übel Boah Boah Es wird alles teurer ja Leute ja ne Das merkt ihr schon Das sind die Lager Das sind auch die Lager Die habe ich schon Ja was ist jetzt eigentlich mit der Bau Äh äh 300 Beton Äh Zement Entschuldigung 300 Zement Also 600 Werkzeug hätte ich tatsächlich 600 Ziegel hätte ich auch Aber 200 Stahl und 300 Zement Ist viel Sehr viel Aber Wo will ich denn eigentlich hinbauen Habe ich doch gar keinen Hier mitten ins Feld War doch grad grün Hat doch grad grün angezeigt Ah schade Brauche ich den hier hin Ne hier ist Dings Hier auf die Seite würde ich ihn bauen Brauche ich den hier Warte mal hat der irgendwelche Emissionen Er würde 5000 Strom und 500 Wasser ziehen Habe ich denn noch Strom und Wasser Ja gut mehr als genug Ja komm ich bau ihn hier hin Komm ich bau ihn hier hin Wie viele Leute hätte er Ja ja ist klar So und dann brauche ich ein Was war das Baudepot Oder was war das Planung, Gebäude, Finanzen Wo war das Wollte ich irgendwo ein Baustellendepot Oder irgendwie sowas Wo habe ich denn das gesehen Ein Baudepot Genau Wo ist das Baudepot Technologie, Planung, Gebäude, Finanzamt Kleines Wo ist das Baudepot Bin ich blind War das hier Ne War das hier Hä Wo ist das Ja Null Genau Da Der braucht noch Poliz Ich krieg die Krise So Wo war das Baudepot Wo war das Baudepot Leute Wo war es Das brauche ich natürlich wieder Hier warte mal Hatte ich hier nicht irgendwo Feuerwehr Feuerwehr Wär schön wenn die Gebäude gehighlightet werden Da Wandschutz Ja Ok Ne hier will ich Farmen machen Äh Wartet mal ganz kurz Da wird ich die nämlich Kann ich das hier nicht Geht das nicht Ne geht das nicht Warum geht das nicht Oh Hallo 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 Dann machen wir es halt so Dann machen wir es halt so So zack Das sind die zwei entfernt Das Hier auch noch So wo war jetzt das Baudepot Stammte Axt nochmal Das muss doch hier unter Spezialgebäude sein So das sind die Megatürme So das sind die ganzen Lager So Verbesserung Verwaltung Bürgermeister Rat Wieso steht hier Null? Wieso steht hier Null? Hä? Ich habe doch ein Rathaus Ist das klein oder was? Hä wieso steht hier Null Rathaus Ich habe doch ein Rathaus Wo habe ich das abgebaut Wo ist das hin? Das ist das große Rathaus Ja okay gut Ähm So Verbesserung Landmaschinen Technologie Zendung Ich bin gerade ein bisschen War das hier? Hier war das Ah Oh die Busseite Ja Hier war das Aha Zack Ist mir die Frage Wo holt er die ganzen Sachen ab? Das ist Bäckerei Ich vermute mal das sind mehrere Stufen Ich vermute mal das ist die erste Stufe Ja Kann ich das hier eigentlich Huch Kann ich eigentlich Was ist das? Ja Ja wartet mal Kann ich ihnen eigentlich sagen Er soll nur Ne Vielleicht die Krise Ähm Äh Er soll das nicht liefern Ne kann ich anscheinend nicht Ähm Ich werde jetzt mal kurz Die rausnehmen Und die rausnehmen Und verkauf mal andere Sachen Das ist eigentlich ganz Das ist das einzige was mir ganz gut gefällt an Highrise CD Man kann so die Die Sachen nebeneinander Weißt du Manchmal überlappt das ja Und du kannst nebeneinander nix und so weiter und so fort Ihr wisst was ich meine So Mehl Mehl bringt mir tausend Ja halleluja Leute Na gib ihm GoFold Tausend Das ist ja Da ist es ja Was mit Weizen Ja Weizen Möchte ich ungern verkaufen Verkaufen Auch nochmal tausend Okay Hä Müll Kann ich Müll verkaufen? Ach schade Was mit Fleisch Was? Halt hast du richtig gesehen? Elftausend Leute 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 Ganz Also Scheiß auf die Baustelle Ähm Warte Elfter Moment Ich brauche Zwei Zwei Fleisch Die produziert Ein Rind Ich brauche vier davon Die produziert zwei Das heißt Kann ich die eigentlich schon Ressourcen Ach genau Das wollte ich beim letzten Mal bauen Dafür brauche ich den Stahlbeton Wo ist dieser scheiß Stahlbeton? Ich will Rind haben Und weil der braucht sechs Ne? Das ist so vier 24 Äh Ja hallo Ich habe hier 50 Was ist das für ein Scheiß? Guck mal 50 Stahlbeton ab bitte Was? Heute werden durch Baufirmen mit Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Bau Gebäude werden durch Baufirmen mit Ressourcen beliefen Die haben später Baufirmen müssen dabei in Reichweite sein Was? Was heißt in Reichweite? Du siehst im Unterhand der Bauzeit wie viele Baufirmen in der Nähe sind Achso für die Baustelle Ja 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 Beachte Gebäude können hierbei bereits speziert werden Wenn die Ressourcen noch nicht in ausreden Mengen nachfahren sind Das siehst du im Baumenü Ja ich weiß dass die Ich will ja auch eigentlich tatsächlich Das hier nicht Kann ich das hier ausschließen? Ah Okay 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 Ja mach das mal voll Weil von den Ziegeln und Werkzeug habe ich erstmal genügend Aber ich brauche hier echt Ich will also 11.000 Leute 11.000 Da könnt ihr auch mal sehen wie ich jetzt in den Fleischmarkt einsteigen werde Halleluja So Hat es jetzt abgeholt? Ja doch nicht Lkw Jetzt Bring dein scheiß Lkw hierher Wo ist die Spedition da? Du bist eine städtische Spedition Hast du Lkw frei? Minus Minus 6 Wie geil ist das denn? Was ist ein Minus 6? Habe ich jetzt 6 6% Habe ich jetzt einen Lkw weniger Ach ich verstehe das Spiel manchmal nicht So du holst Zement Du holst Stahl Oder Ja du holst Stahl Das ist Müll Hallo Kann mir jemand hier das Dings abholen? Bist du das hier? Ne du bist das nicht Bist du das hier? Oh bist du ein Bus Du bist ein Bus Hallo Hallo Ich habe hier schon 61 Stahlbeton Hol mal ab Kollege Wo ist denn hier einer? Wo ist denn hier einer? Hat er keinen Zufahrt? Da Ich sehe ihn Hat aber lange gedauert du blöder Penner Das ist aber nationale Spedition ne? Weil die haben ja kleinere Lkws Wer hat jetzt 50 Stück abholen? Ne hat er nicht Ist mir jetzt egal wer abholt Wer hat hier tatsächlich Komm Ach Shit passt nicht ist mir jetzt egal Zack So Bring mir Stahlbeton Bring mir Bring mir Stahlbeton Wo fährst du hin? Kann leider den Lkw nicht anklicken Bringst du ihn hier hin oder? Ne Hier hin? Ach du bist noch die städtische Spedition Warum habe ich hier noch eine städtische Spedition? Komm liefere den scheiß Stahlbeton ab Frau Stahlbeton Ich will Rinder züchten Jawoll Was 15 Forschungspunkte wofür? Achso wenn ich Stahlbeton produziert habe Okay So mache ich jetzt hier noch die Druckerei Oh drei Papiere Ne machen wir mal nicht Äh Rinder 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 Da Nein Verdrückt Wind Was? Was fehlt mir jetzt? Ach das sind solche Ah ok 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 verstanden Das wäre ein bisschen viel Alter ne so groß brauche ich nicht Warte mal wie viel produziert denn der da? Steht das da? Hi Ist das richtig? Ne Ok 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 Ich bin gerade ein bisschen Leute Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt weil Ähm Ich kann doch hier bauen Leben ist hier zu Ende Oh ich kann hier Leben bauen Hui ich kann hier Fleisch bauen Ähm Ähm Sorry ich bin hier ein bisschen aufgeregt weil Alter Schwede 11.000 Tacken 11.000 So Ähm Dann Warte mal wie viel hat die? 1 2 3 4 1 2 3 4 Wenn ich die hier durchziehe müssten 4 Wäre Wird die denn hier noch eine Lehmgrube hin passen? Moment Ähm Lehmgrube Ne würde nicht mehr Das will ich nicht Ich möchte tatsächlich das dann Dann noch Lehmgruben hin passen Dann mache ich das anders Ähm Wui Dann machen wir das so Und dann machen wir das So Und die Geht nicht Warte mal dann mache ich mal kurz Ne das war falsch Das war Rind Rindrindrindrind, wie viel wären das da sine? Drei Drei Stück ich bräuchte vier ne? Also müsste man ein bisschen hier wäre es zu teuer Dann würde ich tatsächlich sagen Dann mache ich das ein bisschen größer Machen wir das bis hier hin? Erst, so, rinnt. Rinnt, 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 rinnt. Immer noch drei. Shit. Dann machen wir das noch ein Stück größer. Wenn es ja fünf sind, ist auch nicht schlimm. Ja stimmt, ich wollte ja eh mehr machen, ne? Äh, ne hier. Zack, zack. Fünf. Können wir leisten. Perfekt. Können wir das auch noch leisten? Fleischerei, können wir auch noch leisten. Zack. Das wurde jetzt dumm. Ich wollte hier eigentlich... Ah, ist nicht so schlimm. Ich würde dann hier nochmal eine Straße durchziehen. Dann könnte ich tatsächlich... Ne, das nicht. So, dann könnte ich nämlich... Hier die Fleischereien lassen. Und ich könnte hier eventuell nochmal... 42. Ich weiß zwar nicht, wie viel er produziert, aber... Was ist das denn? Also... Was sind denn diese ganzen Wege hier? Also, sind das Wege? Sieht ja komisch aus, Alter. Aber ist mir egal. Ich produziere Mühe, Kühe, Mühe... Und ich produziere Fleisch. Nein. Also, ich weiß schon, wie ich die Folge nennen werde. Polizei und Feuerwehr. Oh, ich seh grad. Wir sind schon über der Zeit. Dann werd ich mal gucken, wie das hier läuft. Ich, äh... Werd mal beim nächsten Mal dann... Hä? Achso, das ist noch die Nachricht von vorhin. Dann, äh, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Tag und einen Abend, gute Nacht. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und, äh, beim nächsten Mal will ich Fleisch verkaufen und mir ordentlich... Also, äh, tausend Leute. Also, Halleluja. Aber bis dahin. Tschüss.